und wir einfach schon wir können einfach schon so wir sind die Kanonen ist das was ist das dort ist ja an sich nicht weit schon so ein bisschen schimmeln und dann ab nach unten ja komm steh schneller auf kollegen ein bisschen Zeit haben wir ja was hä was hätten wir doch locker schaffen müssen verdammt wo gibt es denn noch nun wo kann nun kommen mit der Wolken an dem Kunden vielleicht immer das Wasser erst Wasser rein, dann Wasser raus und mal gucken, ob das was bringt. Das Wasser muss ja auch irgendwie wieder rausgehen, außer dass man auf einem Level geht. So. Als erstes brauchen wir generell Wasser, ne? Genau. Dankeschön. So, liebe Wolke, ich muss dich mal wässern. Hm, diese Hausdienstung lief direkt durch, nehmen wir ihn durch. Naja, komm. So, jetzt ist es voll Wasser. Macht Sinn, ne? So, und mit Feuer, müssen wir das Wasser wegkriegen. Nein, damit doch mal hoch, Mensch. So. Hm, wofür fühlt sich ungemein befriedigt. Hä, was? Da, ich hab dich gerade angezündet. Du, perverser. Jetzt aber wieder, ist immer noch Wasser drin. Verdammt. Ah, Mist. Das ist für keine Ruhe. Na, so wie die Tatsache, aber ich bin mir nicht sicher, wenn wir schon da oben waren. Mit da oben einem Blumentopf. Wird zumindest so aus. Hm. Wie ein Leben haben wir denn? So, komm, wir können mal sch... Nee, wir können einfach das Telefon an. Verdammt. Verdammt, wie geht denn das? Für was? Für was brauchen wir das Eis? Weil da muss ja irgendeinen... Na, Mann. Da muss ja... Da muss einen Zweck haben. Aber ich weiß nicht welchen. Na gut. Wir können einfach mal Eis machen, bevor wir runtergehen. Mal gucken. Geht's wohl mal Regen? Erstmal Regen. Was passiert denn, wenn wir Eis haben? Dann machen wir da Regen, denn da wird es einfach Wasser, ne? Ja, da wird es einfach Wasser. Aber vermute ich jetzt mal... Achso, nochmal Regen machen? Aber, da können wir nicht. Ähm... Die Mutation dauert zu lange. Bin mir doch mal, danke schön. Und auch Wasser vielleicht? Das ist jetzt gar nicht. Eis? Hm, cool da. Huch. Ich hab mir hier mal ein Mikrofon gerade durch die Gegend geschoben. So, vielleicht nochmal Eis? Das würde man auch holen. Ja, von Eis auf Feuer, dann können wir einfach wieder gar nicht mehr. Nein, das bringt nicht. Hm, macht so. Ah, kann nicht wahr sein. Da muss irgendeinen Zweck haben. Irgendeinen Zweck. Ich kann mal runtergucken. Oh, Mann. Wir können ja die Strecke mal abfahren hier. Ablaufen. Ich kann ja die Strecke mal abfahren. was man die wolke jetzt wenn wir jetzt das hat wahrscheinlich mit der erkältung zu tun die wir deinem verpasst haben ach eine starke komula was um lohn im bus wolke wie er kann das ab wie wäre es wenn wir die gelegen nutzen und den was die gelegenheit nutzen und ein schönes rennen abhalten das ist ein bisschen unfair jetzt nur zu wir haben keine angst vor eisigen verhältnissen insbesondere da ich den boden nicht berühren werde ja du bist ja schon mal ein bisschen ließen ja auch keine schmetterlinge jetzt doch das sind trotzdem welche eine runde wird das alle dort bewältigt hat gewinnen und los ja ach komm schon bleiben wir direkt dort hängen ach verdammt okay brauchen schmetterlinge 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 den holen wir uns und dann immer schön um die kurve springen da gibt es neue schmetterlinge ach die blöde wolke ein schmetterlinge nicht habe ich shit da gibt es einen neuen nein ok davon noch einer warum wir die ja oh die wolke sind viel schneller als vorhin die schmetterlinge verpasst das neuer das neuer das neuer das neuer das neuer das neuer ja aber ich viel schneller wer alle Tor erwischt nein wir müssen schummeln wir müssen schummeln wir müssen die abkürzungen nehmen und das immer imaginäre publikum treten nein du luftige mogul packen das eis wirkt sich nicht auf dein auf dein halt aus ach ich habe auf allen oberflächen starken halt habt ihr zeit für noch eine runde ja die hammer aber ich trink mal kurz einen schluck ich rede mir mutfuslich heute die 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 so probieren das normale brauchen wir dürfen nicht stehen bleiben die schlangen dürfen nicht stehen bleiben und wir dürfen ja am anfang weil ich in bleiben die schwelle gebraucht man nicht das muss man ja nur so rechtzeitig werden vielleicht überkommen zum vor dem direkt vor dem ja und die dritte 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 dritten vorlesen dass man es bis dahin nun nur noch nicht nur noch nicht in der Regel Kronen Prozent Neuberg elegant überspringt und übernehmen ja von wegen müssen zu langsamer nehmen nicht mal voll und verdammt mit dem Verpasst ja mal so wohlgebrochen wir sind schon da ich bin bei einem Punkt ihr habt gewonnen so läuft das Nimmel gut gemacht hier ist Papier Gold Medaille nicht ob ihr wisst sie zu schätzen so ist aus wir werden sie bald für mehr Welten ausgeben ja okay die Wolke's E-Graf so jetzt haben wir auf jeden Fall ja hier steht im Weg jetzt haben wir auf jeden Fall das Kugel nochmal wir schon da oben waren einfach gucken ich bin mir nicht sicher so nochmal ach so wir mussten ja und trifft doch mal geh du mal an dein Telefon ey Mensch ist ja übel so hallo hallo ähm für was brauchen wir den? brauchen wir den überhaupt? ich weiß nicht und jetzt? ähm 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 so geht's nicht hoch verdammt geht's ja irgendwo anders noch? naja ähm aber wie? wie kommen wir denn? wenn wir denn hier hoch? hm da oben fliegende Seiten rum hier zum Teufel und wieder hoch wir waren definitiv noch nicht da oben ich weiß auch nicht mehr ich weiß auch nicht mehr für was die waren ich weiß das nur die Uhr die schon benutzt haben aber wofür? ähm geheimnis gibt's keins? ach guck mal ach guck mal vielleicht und das bringt's nicht ach warte mal vielleicht äh was so komisches Gesicht drauf das selbe Gesicht haben wir das hier oben 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 im Kurs ein Schönen mit Schönen Schönen ne 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 hm ist das ein halbes? geht das auf jeden Fall auch nicht verdammt wenn wir denn da hoch äh können wir irgendwo auch mal informat informat im Stand anschauen genau uns fehlen nur eine ganze Menge Fäden oh 145 Pages worin taus ähm Stammblock oben hier sind wir was hier fehlen noch was hier fehlen noch 6 Pages ok dann 2 6 Stück glaube ich dass wir äh die anderen Level brauchen mal hier mit irgendwas tun nö weil so einer steht ja auch oben ne ok gut dann gehen wir erstmal wieder raus und witteln uns wieder das Schnee welt wo mir die ja besser gefällt ehrlich gesagt hallo ok 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 also bei bei noch 6 Pages da brauchen wir auf jeden Fall Fähigkeiten aus den anderen Welten definitiv definitiv sogar so mal schauen hier wir können jetzt die abkürzung nehmen mit 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 4 5 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 6 5 7 9 9 10 5 5 7 7 7 8 9 9 10 11 11 11 11 12 12 15 11 11 11 11 12 11 12 11 12 12 13 12 13 12 Hier unten ist bestimmt auch noch was. Haufen Kollegen, ne? Boah, komm, hau ab! Sonst noch irgendwas? Da muss ja irgendwas sein. Neb. Dann wir kommen zu den Rehobel. Wer ist auch nicht? Also das die das die... so nahe Strahlen nicht gegen die Wand schlagen, das ist nicht möglich. Ich bin nicht. Hm. Ja, man. Na, Mann. Ja, genau, okay. Von der andere Seite. So. Welten-Mod 2. Ach so, hier ist ja noch... Hier gibt ja noch Honig. Was ist der Wohle? Ah, klar, natürlich. Ja, 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 ich bin ein Keks. Oh, Mann. Ja, genau. Oh, ey. Oh, das ist doch nicht wahr. Ich bin ein Keks, ja. Der Kollege Nerven. So, jetzt konnte ich auch. Ja. Peti. Ja. Aber da war es auch schon. Alle. Ui. Ui. Komm, hau ab. Ich hab keine Zeit mit dir zu spielen. Tschüssi. Ich bin nicht. Okay, gut, dann erwarten wir die Welt. Mal 5 mal schauen wir. Ihr braucht Pfeifen und sie. Ah, ja, natürlich. Dankeschön. So, mal gucken, was jetzt alles dazukommt. So. So, dann gehen wir da rein. Ich bin echt gespannt jetzt. So, gleich wieder da. So, wie geht's los? So, wie geht's los? So, die redeln? So, dieными Maßnahmen sind wie ein Regierer Innenministerium in Ketlar. So, das ist die Regierer Innenministerium jetzt in der Parisische Trainers. für einen ist nur zu geben okay nach dem welt wird größer und hier wird das ist es mal auch gut zweiter schlüssel ok 2 sind das also eine jubel und kamen zu sagen das war eine abzogge ich hätte einen neuen kontinente aber rio Kiel das eine schlosses weiß ich aber wo ist das andere wir haben ja so immer noch nicht alles wir brauchen erstmal der bulldozer ding das erste machen dazu müssen wir hier oben durch die höhe durch den durchgang das geht aber am schnellsten ich bin nicht irre oder unten durch die höhe ich glaube hier ich glaube wirklich hier nun einmal zu haben auf die höhe das wird passen nie die lüge falsche will verdammt sie Prozent bis zum nächsten Mal und gab es aber gar nicht mehr den pg hat man schon um ja genau so mal schauen ja und kann nicht so weit nie die zeit zu spielen heute ist Eingang Eingang Wart der Nicht doof Nein, nein, also wir müssen nicht durch die Höhle Wir können ja nicht ins Wasser Da war das hier Müssen wir im Wasser Nein, wir müssen nicht das Wasser Wir brauchen den Ausgang Dann gehen wir mal so rum zurück Da wird man gleich wieder weg Und feindlich um nur doofen zu machen Ja, genau So machen wir das Knie Achterlich Ist mir egal, wir können machen wollen Was will der denn eigentlich Was will denn Ja, man nennt Das will Und hat man gut genommen Und dann fehlt uns auf jeden Fall noch Schneemann, aber warten noch Stellen, wo wir nicht waren Von daher Können mit denen dann auch eine Kirche finden Und das sollte jetzt ein richtiger Ausgang sein Zumindest Jawohl, genau, also einfach Alle durch Also Nach rechts Wuhu Einmal Transformieren Einmal Transformieren Ja Und dann können wir auch den Weg gleich wieder zurückfahren Und dann können wir auch den Weg gleich wieder zurückfahren Sie nehmen mich ein bisschen schneller so Wir haben hier sowieso das Level verlassen können weil dann können wir auch noch ein bisschen Blödsinn machen Nur bei Gelegenheiten auch mal aufhören Was jetzt mit einem Spiel Das ist jetzt neben der Verlangen können Dann können wir auch noch ein bisschen blöd zum machen Bisschen Blödsinn machen Der Spiel Hallo Wie ihn Aachen ausgewischen mehr schon fast da Kugelte wenn das zu ergeben können können nehmen das nicht alles die Stimme geben Na, Kollegen? Hä? Na, da kommt der Blöde. Und zack. Er hat auf jeden Fall einen Hut. Hehehe. Oh, blödes Vieh. Na, hey, zwei sind alle, zack. Einsammeln, ja. Ja, immer. Wenn man den Hut gleich zu gehen, müssen sie zurückverwandeln. Das muss ich jetzt hin. Dann haben wir auf jeden Fall vier Schneehauken, drei Schneemänner. Nee, 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 nee. Der Rudi Spielstock jetzt immer. Er ist sehr, sehr, sehr merkwürdig. So. Ich habe kein Probier, wie wir es geben können. Ah, wie eine Doof. Was schon so aufs nächste Konzentriere, das wird nicht klar vergeben. So, hallo. Kristalline Höhle, ja. Wo ist er denn? Ja, können wir mit dem reden? Ja, können wir. Ah, doch. Doch redet mir nicht möglich, weil du nach einem Schneepflug bist. Ach, komm schon. Wieso, wir reden doch mit ihm. Oh, Mann. Oh, nee, 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 nee. Ähm, okay. Das heißt, wir plumpsen hier mal kurz ins Wasser. Waren wir da schon? Waren wir da schon? Ja, doch, doch. So, dann mach ich es zurück. Äh, jetzt gleich so zurückgehen sollen. Aber egal, jetzt wissen wir uns, dass wir transformiert, nur mit denen reden können, äh, die für uns interessant sind. Der erste wird die Blumen und hier scheinbar gar keiner. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. So, äh, müssen wir gleich den anderen. So, hallo. Oh, ein Windstoß ist gekommen. Hat mir den Hut genommen. Was, noch einen Schneehaufen? Verdammt. Aber wir hätten doch hier lang gehen können, nur so. Nebenbei, können wir auch hier raus. Verdammt, wo ist denn noch ein Schneehaufen? Hm, Scheiße. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre es. Ich habe noch eine Idee, dass wir noch schnell machen. Weil der Turm direkt vor uns hat der Kollege drin, der Hunger hat. Und vielleicht können wir das Ding mit dem Schneepflug kaputt machen. Ja, komm, komm, mach ihn ja. Die Zeit wird ein Blödsinn hier. Wir sind nämlich ein Schneepflug. Das geht nicht kaputt. Nein, das muss ich aber auch schon probieren. Hallo, hallo. Na, komm. So, zack, hallo. Idiot, Arschloch. Werner. Oh, oh. Die schauen, die schauen, die schauen. Die schauen. Wollen wir schaden? Okay, dann gehen wir jetzt mal zu Fuß hier hoch. Das ist erst mal schnell wieder. Jetzt ist das Wasser so ewig weit weg. Rein jetzt. Rein mit, ja. So, wir wollen uns aber trotzdem mal vorher. Und dann nehmen wir noch das mit. Und dann geht's ja hoch. Zack, zack, zack. Weil das brauchen wir nicht. Egal. Führen tut's nicht. So, hier waren wir nämlich noch nicht. Hier kommen wir nämlich im Schneepflug nicht lang. So. Die Kollegen ja schon mal vom Himmel holen. Ah, da fliegt der Alarm. Guck, dann warten wir mal, bis der wiederkommt. Ah, verdammt. Kann ich wahr sein. Na, 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 na. Mal so. So. Meist ihr nicht getroffen? Jetzt haben wir getroffen. So, hier kann man doch 100% einfach hochkommen. Bist du jetzt nicht wieso? Nein, wir müssen mit einem Leim. am angebungsvollen wenn ich sie mit der hoch die kunden und schon weit nicht und geht dann tun leidung geht man auch noch ein die folgenden das prima das eine eine neue studie kumpre ist ankommen nun mal besuchen ja dann leute nach unten das geht schneller und zack also hier kann man auch nur leben das geladen wird gleich noch mal auf und dann geht es weiter daran